Hallo liebe Schülerinnen und Schüler der Albert-Reiter Musikschule in Weidhofen an der Theia und liebe Eltern, mein Name ist Florian Lackinger, ich komme aus Lillenfeld und unterrichte an der Musikschule diese beiden Instrumente, die steirische Harmonika und das Akkordeon. Um euch diese beiden Instrumente etwas vorzustellen, werde ich mal etwas darauf vorspielen. Ich beginne mal mit der steirischen Harmonika. Ja, das ist die steirische Harmonika und am Akkordeon kann ich euch auch etwas vorspielen. Da kann man verschiedene Musikrichtungen spielen, zum Beispiel etwas Traditionelles. Oder auch etwas Poppiges, etwas Modernes. Ja, so klingen diese beiden Instrumente, die steirische Harmonika und das Akkordeon. Und diese beiden Instrumente könnt ihr bei mir in der Albert-Reiter Musikschule in Weidhofen an der Theia lernen. Also, falls ihr Interesse habt, dann kontaktiert einfach die Direktorin der Musikschule und ich würde mich sehr freuen, den einen oder anderen am Schulanfang in der Musikschule zu treffen. Also dann, ciao! Ciao!